Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber okay. Ja, herzlich willkommen zum Stream. Schön, dass ihr wieder da seid. Machen wir heute ein bisschen Best-Effekt weiter. Wir werden heute erstmal ein wenig Hauptquests machen. Ach, ein wenig Nebenquests. Entschuldigung. Ein wenig Nebenquests machen. Und danach werden wir uns so ein bisschen mit der Hauptquests beschäftigen. Also wir machen jetzt heute so ein bisschen die Mission. Also heute ist Stream Open End. Das heißt, die Folge könnte dann für die Leute nachher, was heißt die, für die, für die, für die Leute, also für die Leute im Stream. Wir machen heute länger als gestern, weil morgen ist Feiertag, brauchen wir nicht arbeiten. Deswegen haben wir heute ein bisschen mehr Zeit. Wir können uns ganz in Ruhe mit dem Spiel auseinandersetzen. Gesellschaft. Die meint es anscheinend ernst. Wer bist du? Okay. Okay. Speer. Achso, das sind welche von, von unserer. Glaub ich. Ein Pathfinder, ha? Da muss ich ja nicht fragen, ob Freund oder Feind. Ich wusste nicht, dass jemand von der Nexus hier draußen sein würde. Sind wir auch nicht. Wir kommen von der souveränen Nation Advent ein paar hundert Flicks in dieser Richtung. Unsere Nation. Ohne Einmischung der Nexus. Wir sind nicht nach Andromeda gekommen, um Direktor Tans Regime zu unterstützen. Wir in Advent sind freie Bürger. Ich habe kein Problem mit Ihnen oder Advent. Ich erfülle hier eine Mission. Ich habe kein Problem mit Pathfindern. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben. Unser Wasserspiegel ist kürzlich gesunken, als würden die unterirdischen Flüsse austrocknen. Wir sind dem Problem bis hierher nachgegangen. Es gab seismische Aktivitäten. Wir nutzen Sie und einen Überwachungshammer, um die Flüsse anzuzapfen. Oh Scheiße. Advent braucht diesen Wasservorrat, um unabhängig zu bleiben. Wie wäre es mit einem Deal? Unsere Suche hat ein Erdgasdepot in der Nähe entdeckt. Zapfen Sie es an, bauen wir das Gas ab und handeln mit Ihrem Außenposten. So profitieren alle. Unser Außenposten kommt mit dem vorhandenen Wasser zurecht. Okay, einverstanden. Sehr gut. Ich sage Ihnen, wo Sie loslegen müssen und rufe unsere Minenarbeiter. Die Nation von Advent dankt Ihnen. Ich hoffe, dass Ihre Nation friedliche Absichten verfolgt. Hey, wir sind Kolonisten und Pioniere, keine dreckigen Räuber. Respektieren Sie unsere Grenzen, dann gibt es auch kein Problem. Ich mag dieses Wort Respekt einfach nicht. Wir hatten mal jemanden auf der Arbeit, der sagte dann, man muss den Leuten mit ein bisschen Respekt entgegentreten. Und ich dachte mir, ja, wenn das so ist, dann musst du auch gegen uns ein bisschen respektabel sein. Und nicht einfach den Respekt von anderen anfordern, ohne Respekt zu zeigen. Deswegen mag ich dieses Wort einfach nicht mehr, weil das einfach so ein dummes Beispiel war. Also man kann ja fort nicht gegenüber den Leuten sein. Also klar, man kann ja immer Scherzen machen, man kann mal einen Witz machen, Sarkasmus. Aber dann direkt hinzugehen, weil jemand einen Witz gemacht hat, und dann zu sagen, sag ich mal ein bisschen Respekt, Junge. So nach dem Motto. Könnte ich am liebsten hingehen und sagen, Junge, weißt du, was Respekt ist? Ja, das geht gar nicht so was. Deswegen, ich bin da kein Freund von. Es gibt eigentlich genug andere Wörter für das Wort. Na, aber klar. Man versucht natürlich, äh... Sie gehören zu einer unabhängigen Nation? Wie ist das so? Edwin, es ist klein, aber es wächst. Und das ganz ohne die Unterstützung der Nexus. Unsere Hauptstadt Aurora liegt in einem hübschen Höhensystem. Ohne diese Stürme ist es ziemlich gemütlich dort. Haben Sie bei sich zu Hause Probleme mit Relikten? Relikte? Diese Roboter-Dinger? Wir sehen hin und wieder ein paar Kleine. Wenn sie hier auch sind. Vielleicht gibt es sie dann auf dem ganzen Planeten. Was für ein Problem haben Sie mit der Nexus? Ich bin nicht zwei Millionen Lichtjahre gereist, um für jemand anderen Gräben auszuheben. Die Nexus will, dass Leute auf eine Erlaubnis warten, bevor sie ihr neues Leben anfangen können. Viele von uns warten nicht mehr. Ich gehe jetzt. Viel Glück da draußen. Wo muss ich den nächsten zweiten Hammer hinpacken? Ach, ich muss das jetzt selber entscheiden? Okay, ich habe Ihnen zwar gesagt, wir machen das mit dem Gas, aber man könnte jetzt so sagen, okay, weiß was wir machen, ist jetzt bitte Wasser. Das Wasser ist nicht, dass Ihnen die Asari-Arche so egal ist. Wir haben hier hundert Probleme. Wir brauchen Unterstützung, Erfahrung, ja sehr... Das ist die Position, die der Erdwindspäher uns gegeben hat. Erdgas, direkt unter unseren Füßen. Und schon bald in der Atmosphäre. Wir könnten auch zu der anderen Position gehen und Wasser für Podromos abzapfen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir haben gesagt, wir machen das, dann machen wir das auch. Wir müssen auch was in der dritte hier haben. Der ist gar nicht so weit weg. Jetzt haben wir natürlich den Text wieder geskippt. Ich finde das nervig einfach. Dass man die Texte so einfach skippen kann. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Nice. So, das muss jetzt irgendwie da hinten rüber. Okay, das ist in der Nähe von dem... Warum versuche ich da überhaupt zu fahren? Ich habe heute mit so ein bisschen Allergie-Probleme. Ich bin die Nase juckt die ganze Zeit. So, wo ist halt denn der dritte jetzt? Da oben. Ist doch gar nicht so weit weg gewesen im Endeffekt. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Äh, was? Den Reliktarchitekten besiegen? Aus Fein? Darf ich den behalten? Uh, ja, der war auch nicht der Wetter. Ja, der war auch nicht der Wetter. Ja, der war auch nicht der Wetter. Okay, das ist übel. Das ist übel. Das ist übel. Oh, wo kommt er denn jetzt her? Machen wir es doch anders. Wir probieren mal was anderes. Sekunde. Ich nehme mal hier runter. Geht das nicht? Steht nicht. Verdammt. Lässt dich nicht karten. Also wir müssen den da oben besiegen. Das Problem ist, welche Porte hat er denn seine Schwachstelle? Das war übel. Da sind die Füße seine Schwachstelle. Wo ist deine fucking Schwachstelle, mein Lieber? Oh, ich bin leider auf, da tut sich nichts. Ich habe auch kein Lebensbeutel von ihm. Ach da. Ich habe auch passen auf seinen Eingriff, weil der haut nämlich ganz schön raus. Schießen Sie auf den Kopf. Kann ich nicht. Oh, ich bin tot. Geist. Okay. Das heißt, wir müssen auf die Beine schießen und wenn der Kopf da ist, auf den Kopf schießen. Tut mir leid, falls Sie das stört. Ich weiß, Sie sind voll auf damit beschäftigt, nichts an sich ranzulassen. Hey, ich lasse durchaus Dinge an mich ran. Sehr viele sogar. Aber nicht die Sache mit der Lucinia, denn das machen ja Sie schon. Sie lassen so viel an sich ran, dass kaum noch Platz für was anderes ist. Okay. Danke. Bitte. Von meinem Safen. Ich bin überlegt gerade, macht es Sinn, dass die zu tauschen, die Leute zu tauschen? Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Was für ein Monster! Ich finde den cool. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals auf Wahnsinn gemacht habe. Okay, der kann da durchschießen, das ist schon schlecht. Das erste war das Down. Greifen Sie den Kopf an! Er ist das perfekte Ziel! Ich habe gerade vor, wie bei Crash gegen Cortex oder was? Wir müssen so ein bisschen stumm geweskeln, ne? Also das brauchen wir auch auf jeden Fall. Er hat sich ein paar Freunde erschaffen. Kann ich nichts machen. Sie können seine Beine ausschalten. Was kommt jetzt? Das ist Phase 2. Äh, ja. Definitiv Phase 2. Wo willst du hin? Äh, du, bleib doch mal hier! Wohin des Weges? Kann ich vorher speichern? Bleib stehen! Wo gibt es? Oh! 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 Vergessen Sie die Panzerung! Ziehen Sie auf die Beine! Ich habe so das Gefühl, ich schieße mit Plattebüllchen auf den, ne? Da kommt kein Damage rum. Reifen Sie den Kopf an! Er ist das perfekte Ziel! Oh, mir geht es so lang zu den Munitionen, oder ist das das Problem? Das hält sich so falsch an! Wie sagt man so schön, Add-Phase, ne? Was schießen die denn da? Was macht da oben? Attackieren Sie die Beine! Das tut weh! Das tut weh! Das tut weh! Das tut weh! Ich habe auch nichts hier, wo ich mich heilen kann, ne? Da! Das ist Munition! So? Auf seine Beine! Wir reißen ihn in den Stift! Haut wieder ab! Warte wieder ab! Er darf nicht entkommen! Ja doch ist er ja hier! Oh, ich will nicht. Attackieren Sie die Beine! Ich bin nicht so sicher, ob ich mit dem Schauschissinger genug Damage mache an dem. Oder ob es nicht sinnvoller ist. Opsalam. Ach ungesagt, ob das Sturmgewert zu gehen. Eigentlich macht das schon viel, ne? Wir locken dich im Endeffekt aus der Deckung heraus, ne? Das war's für heute. Das Problem ist, ich hab vielleicht keine Deckung mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Er baut sich Verstärkung. Boah, du stehst im Weg. Das war's für heute. Die Beine werden ihn zu Fall bringen. Das war daneben. Er baut sich Verstärkung. Das war's für heute. Also, wenn man durch die Wand schießt. Vergessen Sie die Panzerung! Zielen Sie auf die Beine! Kind, wir sind dabei. Wir schmeißen den mit Wattelbäulchen. Ich brauch Munition! Oh Gott, schlechte Idee! Das war's für heute. Schnell! Schnell! Stellen Sie eine Verbindung her! Hey, gut! Nicht das, was ich erwartet hatte, aber... Wow! Rider, hier ist Thainley im Außenposten. Der Seismograph hatte gerade einen Wahnsinnsausschlag. Was ist passiert? Ein Relikt so groß wie ein Haus! Was? Na, wenigstens haben Sie es geschafft und das Ding vom Außenposten ferngehalten. Gute Arbeit! Ja, könnte man so sagen, ne? Haben wir ein Gelegt. Nice! So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch den Punkt. Wenn der Rhein jetzt kennt, das lasse ich jetzt einfach mal weg. Das Lager, was hab ich hier noch? Oder Drohnen, genau. Das können wir da als nächstes machen und Sender. Die Drohnen und Sender können wir dann eben noch machen. Dann haben wir hier auch noch ein paar Sachen. Was hab ich hier noch? Das ist noch eine Mission. Müsste ich aber eigentlich so weit... Ach guck mal, das ist auch noch eine Erinnerungsmatrix und auch noch eine Drohne. Ja, dann haben wir ja fast alles, würde ich sagen, wa? Das mit dem Mineralien scannen, das kann ich mal nebenbei machen. Im Stream ist das total uninteressant. Also zu Bossfights, das ist, glaub ich, interessanter, außer wenn man will natürlich wirklich alles machen. Also in der Radiance-Scan ist jetzt so, joa, kann ich zwar machen, macht aber im Stream keinen Sinn. Das kann ich dann nebenbei machen. Hier waren die Tage. Da kann ich das nämlich machen. So. Der Bossfight, der war cool. Aber ich glaub, wir müssen echt nochmal umskillen. So, apropos Skill, ne? Wir haben nochmal Fähigkeiten, sehe ich gerade. Wir brauchen, ähm, Sturmgewehr. So, was haben wir hier? Gewicht oder Reservemunition? Definitiv. Nachhaltigkeit wäre auch nicht schlecht. Ich wollte nämlich noch was anderes gucken. Und wo hab ich dich denn? Technik. Ja. Technische Tarnung, Energieentzug. Das ist nicht das, was ich suche. Ach ja stimmt, wir können ja die VI damit zupacken, ne? Ja, stimmt ja. Invasion. Achso. Das war's auch nicht, was ich suche. Auch nicht, hier ist das Thema. Das ist Technik, aber das ist auch nicht das, was ich suche. Ich suche, ne? Aber es ist doch ein anderes Geschütz. Dennis ??? Das ist Küchef look und we chicks. Ganzes. Es ist perfekt ges**There.